Blankbogen, wie, was, wann, was ist eigentlich ein Blankbogen etc. Wenn euch das Thema interessiert, dann bleibt es dran. Herzlich Willkommen bei Intuitive Bogenschießen Coaching. Heute geht es eben um das Thema Blankbogen. Fangen wir an mit der Begriffserklärung und das ist gar nicht einmal so eindeutig, weil Blankbogen an sich ist ein Überbegriff für blanke Bögen. Das bedeutet für Bögen, wo halt nichts dran gebaut ist. Also zum Beispiel ein Blankbogen kann ich gleichzeitiger sagen, ist eigentlich ein Blankbogen. Ein Recurve-Bogen, wo nichts drauf gebaut ist, ist eben ein Blankbogen etc. Alles, wo nichts drauf geschafft ist, ist ein Blankbogen in dieser Überbegrifflichkeit. Und dann gibt es eben ein Blankbogen bzw. Bärbo als Bogenglasse noch verschiedene Regelwerke. Und da ist es so, nach WA, World Artery, Regelwerk ist der Blankbogen eben ein Bogen, der blank ist. Mit Ausnahme von einer verstellbaren Pfeilauflage und einem verstellbaren Button. Und der Bogen, der auf ein Bogengewicht drauf haben. Regel ist eben, dass der Bogen, wenn er abgespannt ist, durch einen Ring mit 122 mm durchgeschoben werden können muss. Damit er eben ein Blankbogen ist. Das heißt, ihr dürft diese langen Stabilisatoren, so wie es beim Olympi-Crecurve oben sind, eben nicht verwenden, weil das Ganze dann logischerweise nicht mehr durch einen Ring mit 122 mm durchpasst. Und nach WA-Regelwerk ist es eben auch gemeint, dass es eben kein Kampondbogen ist. Du kennst das Regelwerk, das gibt es euch einmal irgendwo auf der Webseite verlinkt. Ihr bringt es euch irgendwo einlesen. Da könnt ihr das genauer herauslesen, warum das eben dann kein Kampondbogen ist. Nach IFR ist es wieder ein bisschen anders. Da gibt es dann Bervo Recurve und Bervo Compound. Und da ist es so, wenn ich es richtig mit dem Kopf habe, mag ich es mir nicht fest dran. Ich bin mit IFR-Regeln nicht so sattelfest. Die dürfen, glaube ich, auch diese Stabilisatoren oben haben. Sonst ist es, glaube ich, ziemlich gleich wie nach WA-Wild-Archery. So, ihr seht also, vom Material her sind die Unterschiede eben zur traditionellen Klasse noch WA eigentlich gar nicht mehr so groß. Weil, was ändert sich? Ich darf eben diese verstellbare Pfeilauflage und den Button oben haben. Das ist die Frage, was bringt mir das? Also, ein Button hat natürlich auch den Vorteil, dass jetzt mein Pfeil wirklich mittig oder halt ein bisschen mit Anstand links, rechts, je nachdem wie das bevorzuge einrichten kann. Ich habe einen Button, der mir vielleicht ein bisschen was von den Lösefehler kompensiert und würde vielleicht ein bisschen was von den Spanwert kompensieren könnte, wenn es nicht so genau passt. Aus meiner persönlichen Meinung nach sind Button und verstellbare Pfeilauflage jetzt nicht so der große Vorteil in Bezug auf den traditionellen Bogen, noch WA-Bogen-Klasse eben. Weil, wenn man sich ausschaut, zumindest beim 3D-Schießen, das was gute Schützen eben in der Traditionell-Klasse schießen. Und Pfeilauflage-Button ist im Endeffekt nur ein Thema von rechts-links her. Die schießen genauso ähnere Latten und haben im Prinzip dieselbe Abweichung wie Blankbogen-Schützen. Gute Schützen natürlich immer vorausgesetzt. Also ich glaube nicht, dass jetzt Pfeilauflage und Button so diesen großen Unterschied machen. Was ich beim Blankbogen natürlich haben darf, sind diese Gewichte, was ich mir vorn drauf schraube, damit das Ganze ein bisschen schwerer wird. Und vor allem, dass man der Bogen dann, wenn man eben mit Fingerschlaufe oder Handschlaufe schießt, das darf ich übrigens in der Traditionell-Klasse auch machen, macht nur keiner. Dann bleibt mir eben der Blankbogen relativ gerade im Schuss stehen oder geht vielleicht sogar ein bisschen nach vorn, je nachdem wie ich den austariert habe. In der Regel sind sie eher so austariert, dass sie wirklich gerade stehen bleiben. Hat eben den Vorteil, dass der Bogen ein bisschen stabiler im Schuss steht und dass er man beim Schießen mit der offenen Hand, mit Finger, Handschlaufe nicht entgegenkommt nach dem Lösen. Das heißt natürlich auch von der Schussruhe her, ihr wisst ja schwerer, das Mittelteil ist immer ein bisschen schussruhiger. Und auch vom Ausbalancieren her, es gibt bei Blankbögen eben schon die Möglichkeit, diese Gewichte nicht nur vorne drauf zu geben, sondern also Gewichte zum Stecken und gleichzeitig vorne Gewichte zum Schlaufen. Das heißt, die kann man von der Balance her und vom Gewicht her besser anpassen, als wenn das eben jetzt dieser Traditionell-Bogen ist, der halt sein Gewicht hat und worin nichts mehr tarieren kann. Das bringt natürlich auch ein bisschen einen Vorteil, wobei man sagen muss, dass jetzt eh schon in der Traditionell-Klasse relativ viele schwere Mittelteile geschossen werden. Also auch ein Traditionell, glaube ich, der muss einen gewissen Holzanteil haben. Wie gesagt, schaut's noch, ich hab's euch irgendwo verlinkt. Aber da ist es eben auch so, dass diese Bögen schon in die verschiedensten Gewichte gibt und dass der einfach von der Schussruhe aufgrund des Gewichtes her und auch von dem her, wie es durch die Formgebung ausbalanciert sind, sind schon sehr nahe am Metallmittelteil bzw. am Blankbogenmittelteil mit Gewicht drauf von der Schussruhe her. Also diese Lücke ist auch sehr, sehr klein worden, was jetzt eben das Bogengewicht betrifft. Was auch so ein Punkt war, der Unterschied zwischen Traditionell-Klasse und Blankbogen ist eben, dass die Metallmittelteile von den Blankbogen oder jetzt mittlerweile ja schon Carbon etc. eigentlich immer über die Mitte dann schon geschnitten waren, weil Metall einfach stabiler war. Mittlerweile ist es so, dass die sehr viele von den Traditionell-Holzbögen auch das Bogenfenster über die Mitte geschnitten haben. Das heißt, die haben von der Anlage, vom Pfeil her einfach schon einen Center-Schuss in sehr viele Fälle. Das heißt, dieser Unterschied ist eben auch viel weniger vorhanden, als was auch früher vorhanden ist. Das heißt, diesbezüglich ist die Lücke eben auch zwischen Blankbogen und Traditionell-Bow kleiner geworden. Was natürlich der Traditionell-Bow nach wie vor hat, auch wenn er ein schwererer Rückwärfbogen ist, ist einfach durch das, dass er das Gewicht nicht so weit vorne haben kann, kommt er mal mehr zurück beim Lösen. Aber rein von der Schussruhe her sind die Unterschiede schon sehr minimal. Also ihr seht es rein vom Material-Setup her, ist zwischen Blankbogen und eben der Traditionell-Klasse, wenn die entsprechenden Bögen geschossen werden, nicht mehr allzu groß. Was jetzt natürlich ein großer Unterschied ist, ist, dass nach World Artery Stringwalking erlaubt ist, in dieser Bögen-Klasse als Zieltechnik. Wobei, was erlaubt ist, ist ja immer nur dann relevant, wenn ich wirklich am Bewerb nach einem gewissen Regelwerk schieße, da muss ich mich dran halten. Aber an sich würde ja nichts dagegen sprechen, Stringwalking jetzt beim Traditionell-Bow zum Schießen. Aber natürlich jetzt eben, wir gehen jetzt immer aus davon, dass noch eben WA geschossen wird und in der einen Klasse darf ich Stringwalken und in der anderen darf ich nicht Stringwalken. Und da sehe ich halt noch diesen größten Unterschied zwischen eben Blankbogen und Traditionell-Bogen, dass eben Stringwalking erlaubt ist und dass ich eben den Vorteil habe, dass ich dann die Sehne abgreifen kann und eben wirklich mit der Pfeilspitze immer direkt reinhalten. Vielleicht für diejenigen, die Stringwalking kein Begriff ist, ich tue einfach, je kürzer die Entfernung wird, desto weiter greife ich die Sehne ab, desto näher liegt mir der Pfeil wieder auf Augenhöhe und ich kann eben direkt mit der Pfeilspitze reinhalten. Video dazu habe ich euch eher irgendwo verlinkt über diese ganzen Zieltechniken. Schaut es euch einfach an. Und das glaube ich, ist halt noch der größte Unterschied zwischen Blankbogen und Traditionell-Klasse, dass eben das Stringwalking erlaubt ist, wenn eben entsprechende Bewerbe geschossen werden. Wobei man da auch sagen muss, dass eben, ich rede jetzt wieder vom 3D-Bereich, gerade im 3D-Bereich, wo eben auf unbekannte Entfernungen geschossen wird, ist diese Lücke auch schon sehr gering. Also ich kann schützen, die schießen auf meinen Hausparkuren, weil es das selbe Ergebnis mit dem intuitiv bzw. traditional Bow ohne Zieltechnik, wie ich mit Stringwalking, das geht sehr aus. Das spricht jetzt vielleicht auch nicht für mein Können, wobei ich glaube, ich nicht ganz so schlecht schieße. Aber man sieht auch so, die Ergebnisse an Rutschen noch zusammen und eben, wenn auf unbekannte Entfernungen geschossen wird, ist da der Unterschied, was eben die Zieltechnik bringt, auch nicht mehr so groß, weil es ist ein, zwei Schätzfehler, falsche Abgriffen und es gleicht im Prinzip wieder zu dem aus, was ich halt intuitiv ein bisschen weniger Genauigkeit habe. Also man muss da echt sagen, es sind immer so diese riesengroßen Unterschiede. Umgekehrt würde es mich natürlich interessieren, weil eben Blankbogen ist eine relativ kleine Nische, würde es mich interessieren, was passieren würde, wenn man von den Schützen was jetzt wirklich gut in der traditional Klasse, sprich intuitiv oder halt mit ein bisschen Facewalking oder Point of Fame oder Gap schießen, wie auch immer sich das lösen. Wenn die jetzt umsteigen würden auf Blankbogen mit Stringwalking, würde mich wirklich interessieren, wie sehr da die Ergebnisse noch in die Höhe gehen. Da sind wir schon jetzt beim Punkt, das ist so, Blankbogen ist eine relativ kleine Nische. Das heißt, so im Leistungssport ist dann doch eher so Olympic Recurve und eben Olympiade, was weiß ich. Und so im Breitensport am verbreitetsten ist eben der traditional Bow. Also gar nicht so der Langbogen, sondern eben meistens traditionell im Sinne von Recurve-Bogen, so wie ich es jetzt erst gesagt habe. Und das ist halt das, was die meisten, wenn sie irgendwo anfangen zum Bogenschießen, auf irgendein Parcours oder so, auch vermittelt kriegen. Die kriegen halt diesen traditional Bow und kriegen halt auch mit Stringwalking, Facewalking etc. nicht viel erklärt, auch weil es am Anfang keinen Sinn hätte. Und sind eben dann in dieser Bogenglasse, bleiben in dieser Bogenglasse und probieren Blankbogen gar nicht aus. War ja bei mir auch so. Mein erster Berührungspunkt war eben der traditional Bow ohne Stringwalking und dann habe ich das seit von 2006 bis 2021 oder 22, 21 war es glaube ich, wie ich dann eben Blankbogen und Stringwalking probiert habe und umgestiegen bin auf Blankbogen, was mir jetzt unheimlich viel Spaß macht. Und ich glaube, da gibt es ja so eine Hemmschwelle irgendwie, weil ich glaube, es haben viele Leute so diesen Gedanke im Kopf, dass Blankbogen jetzt unheimlich kompliziert und unheimlich technisch ist und zwar so, als sie da unheimlich viel ändern müssen, dann wollen sie auf Blankbogen umsteigen. Aber das ist eben nicht der Fall. Wie gesagt, im Prinzip der einzige Unterschied ist, dass ich Pfeilauflage und Button verwenden kann und da muss ich mir jetzt auch nicht tagelang Gedanken machen, ob ich jetzt ein Millimeter weiter rechts oder links mit dem Pfeil bin oder ob der Partner ein bisschen härter oder weicher ist, vergesst das alles. Und ich kann mir eben mein Gewichterl vorne drauf schlafen, das heißt, ich habe ein bisschen mehr Schussruhe, der Bogen steht mir ein bisschen ruhig im Schuss und ich darf eben dann, wenn ich in dieser Bogenglasse irgendwo mitschieße, Stringwalking. Und muss ich aber nicht. Also ich kenne das mit einem Blankbogen, wenn ich mir jetzt von der Schussruhe her trage, da ohne Stringwalking geschießen. Aber natürlich kann ich dann Stringwalking anwenden und das ist auch nicht so kompliziert, wie alle glauben. Also im Endeffekt stellt sich dann, weiß ich nicht, ein, zwei, vielleicht drei Stunden am Platz, schierst sichere Abgriffe auf die unterschiedlichen Distanzen aus. Und dann geht es eigentlich nur mehr ums Entfernungsschätzen und Entfernungsschätzen ist ja auch etwas, was man dann irgendwie zumindest so halbwegs ins Gefühl kriegt. Und dann schätzt man halt die Entfernungen und die Zähne abgreifen. Also es ist dieser Unterschied eigentlich gar nicht so groß, aber mir hat das dann schon unheimlich viel Spaß gemacht, wir ja halt auf einmal auch Zielen haben können. Also wird diese Möglichkeit zum Zielen Spaß gemacht und eben ohne, dass jetzt ein Visier verwenden muss und Visier einstellen muss, diese ganzen Geschichten. weil eben Blankbogen immer noch ein sehr einfaches Setup und diese Zielmethode auch sehr einfach ist, im Endeffekt zu mal lernen. Schwierigkeit ist, wie gesagt, eben immer Entfernungsschätzen, das wirklich ins Gefühl zu kriegen und so wie bei jeder Form von Bogenschissen, dass der Bewegungsablauf sauber ist. Aber wie gesagt, vielleicht, wenn es einmal Gelegenheit habt, probiert es aus. Vor allem, wenn es jetzt eh schon schwerere Recurve-Mittelteile etc. schießt, wenn es sich interessiert, probiert es einmal ein bisschen Blankbogen schießen. Vielleicht ist es was für euch. Ich erlebe auch, dass eben durch das, dass das doch ein bisschen mehr los war im Bogenschießen und relativ viel Leute wieder angefangen haben, doch immer wieder doch Leute zum Blankbogen greifen und das ausprobieren und dann doch auf den Blankbogen wechseln, weil es ihnen einfach mehr liegt und weil sie halt auch oft zum Teil Leute sind, denen das Intuitive oder das so ungefähr Zielen ähnlich gefallen hat, die lieber genau zielen wollen, die aber eben noch nicht mit Visier etc. schießen möchten, weil es ihnen dann wieder zu viel Grimmskrams, zu viel Technik ist. Ja, schreibt es mir vielleicht einmal in die Kommentare, ob sie eine Erfahrung mit dem Blankbogen habt, wie sie zum Blankbogen schießen kommen, immerseits, ob sie auch irgendwann gewechselt haben, diese ganzen Dinge etc. Und ich bin gespannt, wie sich das in nächster Zeit entwickelt, ob viele Leute wechseln von Traditionell auf Blankbogen-Klasse oder eher nicht oder eher umgekehrt. Ob es auch Leute gibt, die von Blankbogen, gibt es natürlich auch keine Abo, aber ob das relativ häufig der Fall ist, die eben von Blankbogen auf Traditionell oder auf Intuitivschießen gewechselt sind. Gut, schreibt es mir, wenn ihr speziell irgendwie Videos haben wolltet zum Blankbogen, vielleicht für, naja, ich weiß eigentlich nicht, was ich für Videos machen solltet, zu Button einstellen und Feilauflage einstellen, wenn in Wirklichkeit, ihr wisst, ich bin nicht so der Technik-Fetischist. In diesem Sinne wünsche ich euch schon wieder alles ins Gold, alles ins Blatt. Viert euch, macht das gut. Bis bald. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020